Ja, es bleibt dabei, das amerikanische Wettermodell berechnet immer wieder mal diesen Kaltluftvorstoß aus östlichen Richtungen und zwar zum Monatswechsel hin. Wir bleiben natürlich dran und beobachten das ganz genau und gucken uns das vor allen Dingen immer wieder in Vergleich mit den Ensemble-Prognosen an. Auf jeden Fall eine sehr spannende Wetterlage. Eigentlich sollte ja der Dezember relativ mild ausfallen. Da schauen wir uns gleich nochmal die neueste Dezember-Prognose vom amerikanischen Wettermodell NOAH an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Ja, was passiert da genau im Dezember? Das ist die aktuelle Monatsprognose von NOAH. Und wir sehen hier maximal nur noch eine Abweichung von 0,5 bis 1 Grad im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Das war schon mal deutlich mehr gewesen, zum Teil eine Abweichung bis zu 2 Grad. Es wurde etwas reduziert, aber es war auch schon mal weniger gewesen. Wir hatten auch schon mal die weiße Farbe gehabt und das heißt völlig normal temperiert. Es geht also munter hin und her. Wir warten mal ab, wohin sich das Ganze in den nächsten Tagen weiterentwickeln wird. Und dazu noch der Blick auf die Niederschlagsanomalie ebenfalls für den Dezember 2022. Und da sehen wir vor allem hier im Norden und im Westen, teilweise auch im Süden, die Farbe Orange. Und das heißt etwas wenig Niederschlag, als normalerweise nach dem Monatsmittel zu erwarten wäre. Also ein trockener Monat scheint das wieder in vielen Landesteilen werden zu wollen. Was bringen Januar und Februar? Das gucken wir uns mal am Ende von diesem Video an. Aber erstmal der Blick auf das Wetter vom heutigen Tag. Das Tief Valery bringt immer noch eine leichte Luftmassengrenze. Im Nordosten kühler als im Südwesten. Und das bleibt auch noch ein paar Stunden so erhalten. Wir schauen mal auf die Wetterkarte vom heutigen Dienstag. Besonders hier im Nordosten nur 3 bis 4 Grad. Ab und zu im Norden auch ein bisschen was an Schneeregen. Ansonsten wärmer 7 Grad, 6 Grad. Hier teilweise im Westen des Landes viele Wolken. Typisches Novembergrau. Genauso geht es auch in der Nacht weiter zum Mittwoch. Die Wolken dominieren. Teilweise gibt es Dichten, Dunst oder Nebel. Es wird nicht mehr ganz so kühl werden wie die vergangene Nacht. 0 bis minus 1 oder minus 2 Grad. Ansonsten hier im Westen Wolken stellenweise etwas Regen bei Temperaturen um die 5 Grad. Der Mittwoch bringt uns dann morgen wieder bis zu 9 Grad. Im Westen und Nordwesten. Im Nordosten um die 5 bis 6 Grad. Überall insgesamt sehr viele Wolken. Die Sonne hat es weiterhin schwer. Das ist eben dieses typische graue Novemberwetter. Der Hochnebel hält sich stellenweise den ganzen Tag. Und genauso geht es auch am Donnerstag weiter. Trüb, grau und grau. Teilweise fällt da auch ein bisschen Regen aus diesen Wolken. Die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad hier im Nordwesten. Teilweise auch hier am Oberrhein um die 10 oder auch mal 11 Grad. Kühler bleibt es im Osten bis runter in den Südosten. Von Bayern meist hier so 6 bis 7 Grad. Auch der Freitag bringt keine große Wetteränderung. Die Wetterlage ist ziemlich beständig. Im Verlauf dieser Woche 6 Grad im Nordosten bis zu 11 Grad am Oberrhein. Viele Wolken ab und zu auch mal ein bisschen Sprühregen oder leichter Regen. Und genauso geht es auch am Samstag weiter. Da wird der Regen noch ein bisschen mehr werden. Es bleibt aber oftmals sehr trüb und grau. Aber mild Temperaturen an Rhein und Main und Neckar bis zu 10 Grad. Ansonsten Werte um die 6 bis maximal 9 Grad. Und was bringt uns der erste Advent? Naja, mit etwas Glück ein bisschen mehr Sonnenschein und Temperaturen um die 5 bis 10 Grad. Kühler am Montag, viele Wolken wieder 4 bis 9 Grad. Teilweise auch dunster Nebel. Und der Dienstag bringt noch etwas niedrigere Temperaturen mit 4 bis 8 Grad maximal nur noch. Aber es gibt dann immerhin mal wieder etwas mehr Sonnenschein. Und nochmal der Blick darüber hinaus. Der Trend, wo geht es da hin in welche Richtung? Es sieht eher kühl aus. Sehr nass kalt. Am Mittwoch 2 bis 6 Grad in der nächsten Woche. Donnerstag, Freitag Richtung 2. Advent. 3 bis 7 Grad. Stellenweise im Südwesten auch immer wieder mal Schnee, Regen und Schnee. Oberhalb von 300 bis 400 Metern. Und so geht es dann erstmal Richtung 2. Advent weiter. Die Temperaturen gehen insgesamt weiter etwas zurück. Da bahnt sich was an. Da könnte sich was tun. Und das sehen wir auch hier anhand der Ensemble-Prognose. Und zwar hier mal vom kanadischen Wettermodell. Anfang Dezember gibt es ein paar Berechnungen. Die rutschen hier ab in den Keller. Der hier ist ganz weit vorne mit dabei. Bei bis zu minus 10, minus 11 Grad in der Nacht in Norddeutschland. Ist aber wahrscheinlich nur der extrem kalte Ausreißer. Das Mittel liegt zumeist bei 3 bis 4 Grad. Und das als Trend bis zum 7. Dezember. Und ab und zu gibt es auch mal ein paar Niederschlagssignale. Also nach dem neuen kleinen Wärmeberg geht es dann doch wieder langsam bergab. Richtung winterliches Wetter. Ähnlich auch die Lage im Westen des Landes. Hier mal die Ensemble-Prognose ebenfalls. Bis zum 7. Dezember für die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe. Knapp so 7 bis 8 Grad. Mit dem Monatswechsel wird es kühler. 3 bis 4 Grad maximal nur noch. Und auch hier gibt es viele Läufe, die mittlerweile absacken. In den Frostbereich Anfang Dezember. Ab und zu gibt es dazu mal ein paar Niederschlagssignale. Im Osten relativ ähnlich. Erstmal dieser neue Wärmeberg mit einem Temperaturanstieg auf bis zu knapp 10 Grad. Ein Ausreißer sogar bei 15 Grad. Aber dann sinkt das Temperaturmittel Anfang Dezember ab auf Werte um die 2 bis 4 Grad. Und auch hier sind einige Läufe mit dabei. Die befinden sich hier unten im Frostbereich. Hier und da ist auch mal ein bisschen Niederschlag in Sicht. Wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier das gleiche Spiel. Zunächst mild, Temperaturen über 5 Grad. Dann rutschen sie ab im Mittel auf unter 5 Grad. Nachtwerte im leichten Frostbereich. Es bahnt sich da was an Anfang Dezember. Zumindest auch nach dieser Ensemble-Prognose. Da kommt wahrscheinlich noch mal so ein Schwall kalter Luft hereingezogen nach Deutschland. Viel Niederschlag ist da aber im Süden nicht zu erwarten. Und wir schauen in die Landesmitte hinein. Ja, auch da das Ganze relativ ähnlich. Zunächst recht sicher die Erwärmung. Temperaturen so 7, 8 oder 9 Grad in den kommenden Tagen. Auch Richtung 1. Advent. Und dann fällt das Temperaturmittel langsam ab. So auf Werte um die 3 bis 4 Grad. Und auch hier gibt es Berechnungen. Die sausen mal ab in den Keller Richtung minus 10 Grad Marke. Und auch mal so der ein oder andere Lauf. Der bleibt hier oben bei 5 bis 10 Grad. Aber die Mehrheit zieht so langsam nach unten weg. Und deswegen rutscht ja auch das Mittel weiter Richtung 0 Grad Marke in 2 Metern Messhöhe. Es geht also spannend weiter. Wir haben gesehen, die Dezember-Prognose sagt immer noch einen leicht zu warmen Dezember voraus. Was sagt der NOAH für den Monat Januar? Wir schauen hier mal auf die aktuelle Januar-Prognose. Und auch da bleibt es erstmal noch relativ warm. In den meisten Landesteilen eine Abweichung von bis zu 2 Grad über dem Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Das wäre schon ziemlich weit oben. Aber es bröckelt. Die 2 Grad Abweichung bröckelt. Langsam kommt hier ein etwas geringerer Abweichung ins Spiel. 0,5 bis 1 Grad. Und wir schauen noch mal auf die Temperaturanomalien für den Februar. Auch da bleibt es bei der 2 Grad Abweichung im Osten und im Norden von Europa sogar 3 Grad Abweichung im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Was wir dringend bräuchten, wäre mal mehr Niederschlag. Wir haben es eben gesehen, der Dezember könnte auch schon wieder so trocken ausfallen. Bringt der Januar vielleicht ein bisschen mehr Regen? Naja, insgesamt viel weiß. Ab und zu mal ein bisschen orange hier im Norden. Das heißt eher normale Niederschlagsmengen sind im Januar zu erwarten. Weder zu nass, aber eben auch nicht zu trocken. Und wir gucken noch in den Februar hinein. Und da tut sich was. Mittlerweile viel Grün hier im Norden, im Westen und der Landesmittel im Süden. Und das heißt, der Februar könnte nach dem aktuellen Stand in vielen Landesteilen eher zu nass ausfallen. Ja, und der Niederschlag wäre natürlich ein Segen. Den nehmen wir gerne mit. Aber das Ganze ist natürlich weiterhin mit ganz großen Unsicherheiten behaftet. Sicher ist da beim Winterwetter noch lange nichts. Das war es vom Wetter. Einen schönen Tag. Später ist wieder Kati am Start. Tschüss.